Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die digitale Küchenwaage aus dem Hause LeFan. Wenn du noch unsicher bist, ob diese digitale Küchenwaage für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zur digitalen Küchenwaage werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, wer gerne Kochrezepte mit Präzision zubereitet, für den kann zum Beispiel so eine Küchenwaage natürlich sehr nützlich sein. Meiner Ansicht nach ein günstiges Küchenzubehör, was man durchaus mal so gut auf Lager haben kann, sozusagen, wenn man eben mal präzise kochen möchte, ja, damit man hier eben die Mengen richtig bestimmen kann. Die maximale Kapazität ist 5 Kilogramm, das ist ein wichtiger Wert. Da sollte man sich meiner Ansicht nach idealerweise dann auch dran halten. Genauigkeit von 0,1 Gramm ist schon ordentlich, wie ich finde. Wie bereits gesagt, wer wirklich Wert auf Präzision beim Kochen legt, ja, für den kann sowas sehr nützlich sein. Wenn ich mir den Funktionsumfang anschaue und das in Relation zum Preis setze, würde ich sagen, dass es sich hierbei um ein faires Angebot für eine digitale Küchenwaage handelt. Das ist aber meine Einschätzung. Ob es für dich das richtige Küchenzubehör ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Küchenwagen auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welche am besten zu deinen Vorstellungen passt. Design-Technisch sieht sie sehr modern aus, wie ich finde. Kann also zum Beispiel in modernen Küchen eine gute Figur machen. Ja, der Fokus liegt hier auf der Funktionalität, würde ich sagen. Also wenn du jetzt wirklich regelmäßig kochst und eben ein bisschen abmessen möchtest, ja, ist das mit den Zutaten hier so richtig oder vielleicht eher nicht. Dann ist sowas natürlich besonders praktisch. Also wenn man jetzt nie kocht und immer nur ins Restaurant geht, ja, dann braucht man dieses Küchenzubehör vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn man eben gerne sein Essen selbst zubereitet, gerne Rezepte ausprobiert, da finde ich, ist das einfach ein Küchenzubehör, was durchaus eine nützliche Figur machen kann. Da die Küchenwaage an sich auch recht kompakt ist, kann man sie auch gut verstauen. Und ja, insgesamt betrachtet ein faires Angebot für ein Küchenzubehör. Wenn du mich fragst, ja, ob es für dich die passende digitale Küchenwaage ist, kannst du natürlich am besten entscheiden. Deswegen mach dir doch noch dein eigenes Bild zur digitalen Küchenwaage aus dem Hause LeFan. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Kochen. Alles Gute. Ciao.